Werke deutscher Romantiker von Kaspar David Friedrich bis Moritz von Schwind oder auch deutsche romantische Malerei von Kaspar David Friedrich bis Moritz von Schwind war eine Kunstausstellung, die am 1. Juni 1931 im Münchner Glaspalast eröffnet wurde. Die Ausstellungsdauer war bis Anfang Oktober 1931 geplant durch den Brand des Glaspalastes am 6. Juni 1931 wurden die ausgestellten Werke jedoch komplett vernichtet. Veranstalter Die Ausstellung war als Sonderausstellung im Rahmen der Münchner Kunstausstellung 1931 konzipiert. Veranstalter waren die Münchner Künstlergenossenschaft und der Verein Bildender Künstler Münchens Sezession E. V. Insgesamt waren ca. 3000 Kunstwerke ausgestellt. Der Ehrenausschuss der Ausstellung bestand aus folgenden Herren. Ludwig Dazius Bildhauer, Prof. Kassierer der Münchner Künstlergenossenschaft. Hans Denk, preußischer Gesandter in München. Julius Dietz, Geheimer Regierungsrat und Prof. an der Akademie der Bildenden Künste München. Friedrich Döhrenhöfer, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Franz Xaver-Goldenberger, Staatsminister. Eberhard Hanf-Stengel, Direktor der Städtischen Kunstsammlungen München. Edgar Haniel von Heimhausen, Gesandter i. R. Eugen Hönig, Prof. Präsident der Münchner Künstlergenossenschaft. Konrad Hommel, Prof. Angelo Young, Geheimer Regierungsrat, Akademie-Professor. Vorsitzender des Vereinsbildender Künstler Münchens Sezession. Hans Küffner, Bürgermeister der Stadt München. Karl Scharnagel, Oberbürgermeister der Stadt München. Hermann Urban, Prof. Wilm Hubert, Landschaftsmaler. Georg Jakob Wolf, Kunsthistoriker und Publizist. Walter Zimmermann, Generaldirektor der Glaspalast-Ausstellungen. Ausgestellte Werke. Die Ausstellung umfasste 110 Werke. Die Liste der ausgestellten Werke befindet sich hier. Rezeption. Der Brand des Glaspalastes und die Vernichtung der ausgestellten Kunstwerke fand ein vielfältiges Echo in der damaligen Tages- und Fachpresse. Hugo Kunst, Aurora, Jahrbuch der Eichendorf-Gesellschaft, Band 2, 1932. 80 bis 82. Hans Eckstein, Kunst und Künstler. Illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe, Heft 29, 1931. 400 bis 401. Münchner Zeitung, Nummer 154, 155, 1931. Samstag, Sonntag, 6., 7. Juni 1931. Ingolstädter Anzeiger, Ingolstädter Volksblatt, Freie Presse, Nummer 127, Montag, 8., Juni 1931. Grafinger Zeitung, Nummer 125, Sonntag, Montag, 7., 8., Juni 1931. Flössheimer Zeitung, Nummer 66, Dienstag, 9., Juni 1931. Spandauer Zeitung, Nummer 30, Sonnabend, 6., Juni. Spandauer Zeitung, Nummer 131, Montag, 8., Juni. Die rote Fahne, Nummer 119, Sonntag, Juni 1931. Fussische Zeitung, Nummer 263, Sonnabend, Juni 1931. Abendausgabe Fussische Zeitung, Nummer